Unsere Weihnachtstradition wäre, dass wir mit der Familie zusammensitzen, da gibt es die traditionelle Würstelsuppe. Die Würstel werden natürlich beim Empress einkauft, weil die schmecken wir uns am besten auch. Durch das, dass es jetzt eine Enkerle gibt, die isst natürlich die Würstel auch ganz gerne und nach der Würstelsuppe, da wird dann zusammen die Bescherung gemacht. Tja ist ja gerade auch... ...